So meine lieben Photoshop Profis, ich habe euch diese Woche mal ein Thema mitgebracht, was ein bisschen pragmatischer ist, nenne ich das Ganze mal, und zwar möchten wir uns damit beschäftigen, wie man Gesichter austauschen kann bei Gruppenfotos. Das ist ein Szenario, das hat sicherlich fast jeder von euch schon mal erlebt. Ihr fotografiert eine Veranstaltung oder ihr macht Gruppenfotos oder ihr macht Familienfotos, bestehend aus zwei, drei, vier, fünf oder vielen, vielen Menschen. Und mindestens einer ist dabei, der es einfach nicht auf die Pfanne kriegt, beim Countdown vernünftig zu gucken. Das ist ganz normal, weil wie gesagt, gerade wenn ihr Veranstaltungen fotografiert und ihr macht Gruppenfotos, da seid ihr ja in der Regel jetzt zum Beispiel als Hochzeitsfotograf zwar der einzige Fotograf oder die einzige Fotografin, die vor Ort ist, aber natürlich sind ganz viele von der Familie da, die dann Handyfotos machen. Und das heißt, die Gruppe ist abgelenkt, die guckt in alle Richtungen, links, rechts, oben, unten, weiß gar nicht, wo sie sich eigentlich drauf fokussieren soll. Und da ist es relativ schwierig, wirklich bei einer Truppe ein Bild zu kriegen, wo wirklich alle perfekt drauf gucken. Aus diesem Grund kommt man halt immer wieder in die Situation, dass man entsprechend Gesichter austauschen muss. Und da habe ich euch mal zwei Beispiele mitgebracht, wie man das machen kann und wie ich dort rangehe an solche Geschichten. Und zwar habe ich hier einmal entsprechend ein Gruppenfoto von einer Hochzeit. Das mache ich einfach mal auf. Da haben wir halt hier das Brautpaar zusammen mit den Eltern. Und ihr seht schon, also hier der Faddy keine Ahnung, an was er in dem Moment gedacht hat, aber auf alle Fälle ist sein Gesichtsausdruck doch nicht so ganz förderlich. Und beim Bräutigam war so ein bisschen die Besonderheit, dass er relativ kleine Augen tatsächlich gehabt hat und ganz oft halt immer so die Augen auch zusammengekniffen hat. Und ich gehe jetzt mal hier durch diese Serie durch. Das sind halt vier Bilder und da seht ihr schon, was im Prinzip das Problem ist. Also ihr habt dann mal ein Bild, da ist der Faddy gut getroffen und die Braut und die Mutter, aber der Bräutigam hat die Augen zu oder er macht irgendwelche Grimassen oder der Faddy dreht sich zur Seite. Eigentlich hat nur die Mutti die ganze Zeit hier einigermaßen konstant ordentlich geguckt. So, und wenn ich jetzt rangehen würde und so ein Bild retuschieren möchte, beziehungsweise dort ein Gesicht austauschen möchte, dann stelle ich mir natürlich immer die Frage, was so der Weg des geringsten Widerstands ist und was sich am einfachsten austauschen lässt. Blenden wir mal einfach die Braut und die Mutter aus, weil die beiden gucken eigentlich auf allen Aufnahmen definitiv in Ordnung. Da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel machen. Die, die wir austauschen könnten, wären entweder halt der Vater oder der Bräutigam. Beim Vater haben wir jetzt die Besonderheit, dass sich die Körperhaltung zwischendurch ändert, mehrfach. Das heißt also einmal wird die Braut umarmt, einmal hat er die Arme vor sich, einfach verschränkt, dann so leicht an der Seite. Ihr seht schon, da ist also eine gewisse Vielfalt da, was es auch schwierig machen kann, ein Gesicht auszutauschen, weil sich halt die ganze Körperhaltung verändert hat. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, ups, das war dann schon das nächste Beispiel, am einfachsten wäre es wahrscheinlich hier das Gesicht des Bräutigams auszutauschen. Das heißt, ich würde mir im Prinzip ein Basisbild überlegen, wo alle anderen gut aussehen. Das wäre in dem Fall dieses, wo ich sage, der Vater guckt gut, Braut guckt gut, Mutter guckt gut, nur der Bräutigam hat die Augen zu und dann schaue ich im Prinzip, welches Bild ich vom Bräutigam finden würde, was dort passen würde. Das wäre jetzt in dem Fall dieses. Die beiden könnte ich mir natürlich markieren. Ich bin gerade in der Bridge, wie ihr gemerkt habt. Das heißt, mit Command 1 gebe ich dem Ganzen ein Sternchen, gehe zu dem anderen, meinem Ausgangsbild und setze auch da Command 1, um auch das mit einem Sternchen zu raten. Jetzt kann ich mir entsprechend alle Sternchenbilder anzeigen lassen und hätte jetzt diese beiden Bilder zur Auswahl. Die werde ich jetzt einfach mal in Camera Raw öffnen beziehungsweise auch direkt nach Photoshop schubsen. Das tue ich mal. So, und jetzt seid ihr im Raw-Converter. Jetzt ist es wichtig, tatsächlich, dass ihr im Vorhinein genau wisst, was ihr machen wollt. Also euer Ziel ist es ja gerade, dass ihr ein Gesicht austauscht. Das heißt also, wenn ihr jetzt anfangt, hier bei dem ersten Bild Korrekturen vorzunehmen und zu sagen, okay, ihr möchtet die Belichtung anpassen, ihr möchtet vielleicht ein bisschen was an den Farben machen, ihr möchtet vielleicht eine Objektivkorrektur anwenden, dann müsst ihr das auf beiden Bildern absolut identisch machen. Weil, wenn ihr jetzt mal darauf achtet, das Gesicht von ihm ist heller geworden, hier ist es entsprechend noch dunkel. Also wenn ihr im Nachhinein zusammenschneiden wollt und die beiden nicht identisch raw-konvertiert worden, dann ergibt das Probleme früher oder später. Das heißt, ich setze hier einmal die Einstellung wieder zurück. Und hier genauso, dass ich in der Ausgangssituation bin. Und wenn ich mich jetzt um so einen konkreten Fall kümmern muss, dann markiere ich mir einfach mit Command-A beide Bilder. Das heißt also, wenn ich jetzt hier Korrekturen vornehme, dann seht ihr, dass dann wirkt sich das automatisch auch auf beide aus. So wahnsinnig viel würde ich jetzt hier gar nicht machen. Das heißt also, eine kleine Aufhellung, vielleicht Lichter ein kleines bisschen herstellen, dass dort nichts ausbricht. Ein bisschen Dynamik reingeben. Und ich springe auf alle Fälle nochmal in die Details und würde die Bilder entsprechend ein bisschen entrauschen. Das war recht trüb an dem Tag. Das heißt also ISO 1600, mit der ich fotografiert habe. Das heißt, ich habe ein leichtes Rauschen drin. Das würde ich darüber rausnehmen. Und was ich immer als sehr angenehm empfinde, ihr habt ja einen sehr grafischen Hintergrund, nämlich diese am Berliner Dom, diese Eingangstür mit den entsprechenden Steinpfeilern. Und man sieht jetzt ganz deutlich, dass diese Steinpfeiler gerade nicht senkrecht verlaufen. Das heißt, die würde ich einmal noch entzerren. Beide Bilder sind ausgewählt. Ich gehe hier oben einmal in mein Transformieren-Werkzeug und würde hier auf der rechten Seite sagen, dass einmal automatisch entzerrt werden soll. So, das ist jetzt passiert. Und ihr seht jetzt auch, dass es bei beiden Bildern gleichermaßen passiert. Das heißt also, wenn jetzt auch durch diese geometrische Verzerrung sich was an den Proportionen im Gesicht verändert hat, dann betrifft das jetzt beide Bilder, was uns natürlich sehr in die Karten spielt, dass es dort dann keine zu dramatischen Verschiebungen oder Abweichungen gibt. Die beiden Bilder, die würde ich jetzt einmal öffnen. Das heißt, wieder beide markieren und Bilder öffnen klicken, dass ich die als separate Dateien in Photoshop benutzen kann. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Das ist das Bild, wo quasi der neue Kopf reinkopiert werden soll. Und das ist das Bild, woher der Kopf kommt. Im Prinzip ist der Ansatz sehr, sehr simpel. Ich nehme hier ein Freistellungswerkzeug. Das kann sein, das Polygon-Lasso, das normale Lasso, der Pfad, im Prinzip alles, was ihr möchtet. Ihr könnt auch hier oben ein Ellipsen-Werkzeug nehmen und im Prinzip um diesen Kopf eine Auswahl ziehen. Das ist jetzt der Bereich, den ihr quasi kopieren wollt und in das neue Bild einfügen wollt. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, ich habe jetzt eine Auswahl gezogen, aber hier oben habe ich eine weiche Kante von 0 Pixeln aktuell eingestellt. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Bereich verschieben würde, ich habe gerade V gedrückt für das Verschieben-Werkzeug, dann seht ihr, dass ich also eine super scharfe Kante habe. Da ich das Bild ja mit einem anderen zusammenblenden möchte, würde ich mir vorher schon mal eine weiche Kante anlegen, dass ich einfach einen weicheren Übergang zum Hintergrund habe. Das heißt, ich gehe zurück. Ich habe jetzt diese Auswahl gemacht und ich könnte jetzt auf Auswahl gehen, dann auf Auswahl verändern und ich möchte eine weiche Kante anlegen oder den Shortcut Umschalt F6 anlegen. Einmal F6 gedrückt, jetzt kann ich den Radius wählen dafür. Ihr erinnert euch, mit dem Radius könnt ihr jetzt festlegen, wie weich diese Kante sein soll. Ihr seht allerdings nicht, wie weich diese Kante jetzt gerade ist. Das ist also ein Erfahrungswert, dass man sagt, ich arbeite dort mit 1, 2, 3, 5, 10 Pixel oder vielleicht doch 100. Für die, die sich das nicht sonderlich gut vorstellen können, gibt es auch einen anderen Weg, wo man das dann wirklich sieht. Also gehe ich nochmal auf Abbrechen und drücke jetzt einfach die Taste Q. Q für Quick Mask. Das heißt, ich sehe jetzt im Prinzip diesen Bereich, den ich ausgewählt habe. Und in diesem Quick Mask Modus kann ich jetzt Filter anwenden. Also könnte ich jetzt sagen Filter, ich möchte einen Weichzeichnungsfilter anwenden und zwar den Gaussian Weichzeichner. Den setze ich mal zurück auf knapp 0 Pixel und je nachdem, wie stark ich jetzt diesen Gaussian Weichzeichner nach oben fahre, seht ihr also, wie sich die Auswahlkante aufweicht. Und das ist ein ganz vernünftiger Wert, jetzt 36 Pixel. Bei dem anderen hätte ich so 40 geschätzt, das kommt also ganz gut hin. Jetzt drücke ich einmal auf OK und anschließend wieder die Taste Q, um aus diesem Quick Mask Modus rauszukommen. Und wenn ich jetzt das Bild verschiebe, dann seht ihr halt diese weiche Kante, die im Prinzip entstanden ist zwischen dem ausgewählten Bereich und dem Originalbild. So, und jetzt nehme ich diesen Ausschnitt, halte einfach die Maustaste gedrückt und gehe in mein anderes Dokument und lasse hier einmal los. So, jetzt habe ich das quasi als neue Ebene eingefügt. Ihr könnt das auch machen mit Command C, dann das Dokument wechseln und Command V drücken und dann entsprechend, ja, das Bild quasi platzieren. So, in diesem konkreten Fall müssen wir uns jetzt mal angucken, wie wir diese Bilder aufeinander abgepasst kriegen. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, woran man sich orientieren kann. Zum Beispiel hier das Sakko und die Krawatte. Da sieht man auf alle Fälle ganz gut, wenn man quasi das Originalbild dann trifft. Man kann sich an den Schultern orientieren und ihr könnt natürlich jederzeit auch die Deckkraft reduzieren von dieser Ebene, um quasi zu sehen, okay, wann liegen denn die Augen übereinander, wann liegt denn der Mund übereinander, wann passt das dann einigermaßen gut zusammen. Jetzt haben wir hier folgendes Problem bei diesen Aufnahmen. Darum habe ich das auch ausgewählt. Wenn ich die Bilder jetzt anhand von dem Sakko ausrichte, das können wir einfach mal tun. Wie gesagt, ich bin hier die ganze Zeit im Verschieben-Werkzeug, kann also das Dokument hin und her verschieben und ihr könnt auch mit den Pfeiltasten ganz einfach dieses Bild jetzt hin und her verschieben, um zu gucken, dass ihr wirklich eine perfekte Anpassung bekommt, dass es halt perfekt aufliegt. Jetzt seht ihr aber dadurch, dass der Hintergrund grafisch ist, habt ihr einen Bruch in diesen laufenden Linien von oben und nach unten. Das setzt euch jetzt natürlich das Problem oder stellt euch vor die Frage, woran ihr euch orientieren wollt. Ihr könnt natürlich auch euer Bild anhand dieser Hintergrundlinien ausrichten und müsstet dann entsprechend halt hier den Halsbereich korrigieren, dass das ineinander übergeht. Aber das würde ich nicht tun in dem Fall, sondern ich würde zu meinem ursprünglichen Ansatz gehen, dass ich diesen Kopf halt ausrichte an dem Sakko. Das tue ich mal. Ich orientiere mich an der linken Schulter, da muss ich noch ein kleines Stück hoch. Ganz normal ist natürlich, dass sich zwischendurch auch immer die Körperhaltung leicht verändert. Das heißt also, wenn ich hier auf der rechten Seite gucke, da hat sich die Schulter ein kleines bisschen bewegt, da habe ich einen kleinen Bruch drin. Ist aber kein Problem, denn mit Command-T kommt ihr in den freien Transformationsmodus und könntet jetzt hier oben auf das Verkrümmen-Symbol klicken und dann halt dieses Bild auch ganz leicht an den Ecken so anpassen, dass ihr wirklich einen sauberen Übergang von den einzelnen Bereichen ineinander habt. Das heißt also, jetzt funktioniert die Schulterlinie hier auf beiden Seiten sehr gut. Die Krawatte hat keine Sprünge mehr drin. Und dann am Sakko bzw. dort am Hemd, müsste man noch ein kleines bisschen gucken, dass das passt. Aber das sieht schon ganz vernünftig aus auf alle Fälle von dem Ergebnis. Einmal mit OK bestätigen. Und jetzt haben wir natürlich noch das Problem dieser entsprechenden Linien im Hintergrund. Aber da es eine transparente Ebene ist, könnt ihr natürlich einfach hier eine Maske erstellen. Dann wählt ihr euren Pinsel aus, schwarze Vordergrundfarbe und würdet jetzt... Ah, interessant. Warum funktioniert mein Shotcut nicht? Jetzt funktioniert er wieder. Okay. Ich wähle meine Maske aus, weiße Farbe, schwarz, beim Pinsel ausgewählt, 100%, 100%, ganz klassisch. Und jetzt würde ich versuchen, hier den Rand so weit wie möglich wegzumalen, dass ich dort entsprechend halt keine Brüche oder keine Unregelmäßigkeiten mehr drin habe. irgendwas, was auffallen würde und könnte so halt diesen Face-Swap oder dieses angepasste Gesicht ganz, ganz schnell ausgleichen. So, jetzt seht ihr hier das Problem, wenn ich hier quasi die Linie wieder reinmale, dann kommt ihr natürlich in die Problematik, dass dort noch ein kleines Stück von dem ursprünglichen Kopf auftaucht. Aber das ist natürlich auch gar kein Problem, weil ihr könnt ja einfach zwischen Hintergrundebene und eurem neuen Kopf eine transparente Ebene anlegen. Dann wählt ihr euren Kopierstempel aus, wählt aus, dass ihr gerne auf der aktuellen und darunterliegenden Ebene die Quelle aufnehmen wollt. Und dann würde ich jetzt hier entsprechend eine Quelle aufnehmen. Ich orientiere mich dann auch an diesen senkrechten Linien, die verlaufen. Und ihr erinnert euch, mit gedrückter Alt-Taste nehme ich die Quelle auf. Und bevor ich die Alt-Taste loslasse, kann ich die Shift-Taste dazu nehmen und bekomme ein Preview von meinem Bereich, den ich stempeln möchte. Wenn ihr bei euch standardmäßig die Überlagerung anzeigen lasst, dann braucht ihr das natürlich nicht. Für mich ist das immer sehr hilfreich, mir dann quasi einmal einzublenden, dass ich halt meine Struktur, die ich dort habe, wirklich weiter verlaufen lassen kann, dass da keine Brüche halt drin kommen. Und ihr seht, wenn ich jetzt einmal hier langstempel in diesem Bereich, dann kann ich also das ursprüngliche Ohr, was dort war, ganz einfach wegstempeln. Und das verschwindet dann entsprechend. Das Ganze kann ich jetzt mir mal angucken, mein Ergebnis, was dort rausgekommen ist. Und ich würde sagen, also gerade für so ein Gruppenfoto wäre das schon ein super Ergebnis, was halt sehr schnell zum Ziel führt tatsächlich. Jetzt haben wir natürlich einen sehr, sehr glücklichen Umstand, dass diese Bilder in der gleichen Lichtsituation entstanden sind, zum gleichen Zeitpunkt, ganz unmittelbar hintereinander. Das ist natürlich nicht immer so. Also versucht euch vorzustellen, ihr habt jetzt hier ein Gruppenfoto gemacht, aber der Bräutigam, der guckt wirklich auf allen Bildern immer gleich mistig. Heißt natürlich nicht, dass es jetzt gar keine Möglichkeit gibt, das Bild zu retten, weil es wird ja hoffentlich irgendwo mal ein Bild von ihm geben, wo er vernünftig guckt. Und dann könnt ihr natürlich auch ihn dort freistellen, hier einfügen in das Bild. Und dann beginnt im Prinzip das, was wir halt beim Compositing halt auch immer machen müssen. Man muss versuchen, die Originalszene entsprechend halt zu matchen und dort die Farbe zu treffen, die Belichtung zu treffen, die Lichtsituation zu treffen. Und das könnt ihr natürlich hier genauso machen. Das heißt also, ihr habt jetzt hier euren neu platzierten Kopf. Es spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man sich eine Gradationsebene platziert und die als Ebenenschnittmaske anklippt. Und jetzt könnte ich diesen Kopf entsprechend heller machen. Ich könnte ihn dunkler machen. Ich könnte Kontraste anpassen zum Beispiel, um dann wirklich einen perfekten Übergang zwischen Vordergrund und Hintergrund hinzukriegen, dass man diese Montage am Ende halt nicht mehr sieht. Das ist eine Sache, wenn ich Hochzeiten fotografiere, das passiert mindestens einmal, dass ich dort Köpfe austauschen muss, weil bei den Gruppenfotos halt irgendeiner nicht mitgespielt hat. Geht irgendwann wirklich sehr an Fleisch und Blut über. Und ich würde tatsächlich jetzt auch in dem Moment, wenn ich jetzt weiterarbeiten würde, einfach mir aus allen Ebenen eine Sammelebene machen beziehungsweise auch sogar wieder alle Ebenen markieren und mit Command-E auf eine Ebene reduzieren, damit ich ein Ausgangsbild habe, an dem ich jetzt meine Retusche machen kann. Also an der Stelle bin ich dann auch gerne sehr destruktiv unterwegs, um dort besser ans Ziel zu kommen und mich halt nicht mit dieser separaten Ebene rumzuärgern, wo ich dann immer noch mal eigene Korrekturen vornehmen muss, dass es mit dem Gesamtbild zusammen matcht. Also an der Stelle verschmerzt sich das auch definitiv. Hinzu kommt, dass gerade bei Hochzeiten ich natürlich nicht jedes Bild als PSD abspeichere, sondern da auch einen Workflow habe, der auf Geschwindigkeit optimiert ist und ich jetzt nicht jede offene Datei dort aufhebe, falls dort ein Kunde irgendwelche Korrekturen haben möchte. Wenn man es hier bei dem Bild gerade auch noch schön machen kann, wir haben jetzt hier an der Wand noch so einige Stellen, die man sehr, sehr schön stempeln könnte. Nur kleine Wiederholungen, wieder eine transparente Ebene angelegt. Ich habe meinen Kopierstempel, aktuelle und darunterliegende und jetzt müsst ihr natürlich aufpassen. Ich mache jetzt mal bewusst diesen Fehler, wenn ich jetzt hier entsprechend eine Quelle aufnehme, hier in der Mitte und hier anfange zu stempeln, dann kann es natürlich sehr leicht sein, dass ich irgendwo diese kontinuierliche Linie überstempel und damit einen Bruch erzeuge, der halt auffällt. Das heißt, ich nehme meine Quelle wirklich immer direkt an diesen dominierenden Linien auf, um die definitiv beizuhalten. Das heißt, ich würde hier eine Quelle aufnehmen, drücke jetzt die Shift-Taste dazu, um mich wirklich perfekt auszurichten, damit ich sehe, dass ich in der richtigen Richtung weiterstempele und würde jetzt von unten nach oben einmal diesen Bereich überstempeln und kann dann so wahnsinnig schnell halt diese Probleme, die hier auftauchen, in den Griff kriegen. Das heißt, hier genauso, in dem Bereich, hier hätte ich jetzt zum Beispiel eine diagonale Linie, was ein bisschen Licht darstellt. Da muss man gucken, ob das jetzt dramatisch ist, wenn die verschwindet oder nicht. Und ihr seht hier oben genauso, also ich kann jetzt auch hier eine Quelle aufnehmen, drücke die Shift-Taste dazu, sehe zu, dass ich hier genau auf der Linie auftauche. Und das Schöne ist, bei wirklich senkrecht verlaufenden Linien, dafür haben wir das Bild ja auch vorher entzerrt, dass diese senkrechten Linien wirklich senkrecht sind, müsst ihr euch jetzt überhaupt keine Gedanken machen, wenn ihr links oder rechts davon stempelt, weil diese Linie wirklich senkrecht verläuft. Das heißt, ihr könntet jetzt sogar theoretisch, wenn ich mal gucke, hier jetzt stempeln, ohne dass ich eine neue Quelle aufnehme, weil entsprechend diese Linien senkrecht laufen. Und ich habe Glück gehabt, dass das auch wirklich funktioniert hat, weil es hätte natürlich sein können, dass die Linie so leicht krumm ist und dann sieht man da auch einen Bruch drin. Aber so könnt ihr halt sehr, sehr schnell dann entsprechend auch diese Bildfehlerchen, die hier noch im Bild vorhanden sind, könnt ihr darüber entfernen. Hier genau das Gleiche. Hier ist jetzt meine dominierende Linie, die waagerechte. Das heißt, da würde ich hier meine Quelle aufnehmen, mich entsprechend wieder platzieren und dann zusehen, dass ich von oben nach unten diesen Bereich einmal entfernt kriege und das Stück verschwinden lasse. Kann man noch ein bisschen verfeinern am Ende, dass es sauberer aussieht. Aber so geht das auf alle Fälle ganz schnell. Ja, erstes Beispiel, wie ihr einen Kopf austauschen könnt. Ich habe euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht, was sogar noch mal ein kleines bisschen anspruchsvoller ist tatsächlich. Und zwar habe ich hier, oh Gott, oh Gott, man will es kaum zugeben, in meiner Lieblingsbeschäftigung gefrönen. Und zwar habe ich Familienbilder gemacht, so auf den letzten Drücker. Man hat also festgestellt, man ist wirklich schwanger und das Kind kommt bald und jetzt nur noch sieben Tage. Und eigentlich wollten wir ja keine Bilder, jetzt wollen wir aber doch Bilder. Kannst du nicht was machen, kannst du das nicht hier bei uns zu Hause machen, weil draußen sind drei Grad und es regnet. Klar kann man machen mit Greenscreen. So, haben wir gemacht. Das Ganze war Ende Februar. Habe ich das bei der Familie zu Hause halt zum Greenscreen gespannt, dort im Wohnzimmer. und dort eine kleine Fotosession gemacht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Das Kind spielt zum Glück mal mit. Also das war das Erste. Das war den ganzen Tag auch rüber ziemlich bockig und hatte eigentlich keinen so richtigen Elan, dort ein Shooting zu machen. Aber jetzt haben wir mal ein Bild, wo es gut getroffen ist. Der Papa auch ganz fröhlich, nur was hat die Mama gemacht, hat das Haar ein bisschen zu doll geschüttelt und war an der Stelle halt einfach nicht gut sichtbar. Und dann gucke ich natürlich in meiner Session durch und stelle fest, okay, ich habe noch ein zweites Bild gefunden und vielleicht kann ich die beiden einfach zusammen mergen und zusammenschneiden. Das können wir auch einfach mal probieren. Ich nehme die beiden Bilder, per Enter lade ich mir die wieder im Raw-Converter und auch hier gilt genau das Gleiche, wie schon bei dem anderen Beispiel. Wenn ihr zwei Bilder zusammen bearbeiten wollt und die kommen aus der gleichen Serie, haben also das gleiche Lichtsetting und ihr wollt halt noch Korrekturen vornehmen, dann markiert euch immer die beiden Bilder oder auch drei oder vier, je nachdem, wie viel ihr zusammenbauen müsst, um entsprechend halt dafür zu sorgen, dass die Änderung, die ihr vornehmt, sich wirklich auf alle Bilder gleichermaßen ausübt. Jetzt würde ich hier noch ein kleines bisschen die Lichter wieder herstellen, damit im T-Shirt nicht so viel ausbrennt. Vielleicht den Schwarzwert ein kleines bisschen runterziehen, tief ein kleines bisschen hoch, Farbtemperatur im Großen und Ganzen, das passt aber alles so wie es soll. Und dann öffne ich die entsprechenden beiden Bilder. Auch hier, was ist sinnvoller? Es ist sinnvoller, die beiden auszuschneiden und einmal hier rauf zu platzieren oder es ist sinnvoller, sie auszuschneiden und auf diesem Bild zu platzieren. Und ich sage mal, theoretisch, wenn auf diesem Bild kein Kontakt zwischen Bauch und Kopf wäre, könnte man natürlich sie einfach komplett als Person ausschneiden und hier reinschneiden. Das würde gut funktionieren, weil am Ende vor Greenspreen, das wird halt eh nochmal freigestellt, die ganze Geschichte, könnte man das natürlich tun. Aber an sich finde ich auch, wenn ich überhingehe, diese Körperhaltung von ihr nicht ganz so cool wie diese Körperhaltung. Also würde ich nur versuchen, quasi das Gesicht auszutauschen und anzupassen. Das können wir einfach mal probieren. Gleicher Ansatz wie vorher. Ich nehme mal ein anderes Werkzeug, zum Beispiel euren geliebten Pfad und mache jetzt hier auch eine relativ grobe Auswahl. Gehe hier so an der Schulter lang, genau bis zu dem Punkt. Wie kriege ich aus dem Pfad jetzt eine Auswahl? Indem ich Command und Enter drücke. Damit wird das als Auswahl geladen. Und ich würde jetzt wieder eine weiche Kante vergeben wollen. Ich gehe jetzt nochmal den Weg von vorher, drücke die Taste Q für Quick Mask und würde darauf jetzt einen Gauschen-Weichzeichner anlegen, weil ich dann einfach ganz schön perfekt sehe, wie weich die Kante gewählt sein muss. Und hier seht ihr schon dadurch, dass das Bild deutlich, oder der Bereich, den ich freistelle, deutlich größer ist, ist jetzt natürlich mein gewählter Radius von vorher zu gering. Das heißt also, vorher war ja der Kopf, den wir freigestellt haben, verhältnismäßig sehr klein. Da hat dieser Radius gereicht. Aber hier muss man jetzt entsprechend halt noch ein bisschen anpassen. Ja, würde ich wahrscheinlich so auf eine Größenordnung von 75 Pixeln gehen. Das ist in Ordnung. Einmal mit OK bestätigen und wieder die Taste Q, um hier rauszukommen. Dann drücke ich die Taste V. Ihr seht, aus dem normalen Verschieben-Werkzeug wird auch immer so eine kleine Schere. Dann kann ich dann diesen Bereich halt ausschneiden und auf meinem neuen Bereich platzieren. So, und jetzt seht ihr schon, hier entstehen jetzt auch gewisse Probleme, an denen wir uns erstmal orientieren müssen. Und zwar würde ich versuchen, mich einmal an der Schulterlinie oder an dem Arm zu orientieren und natürlich an der Brust, was auch nochmal eine gute Möglichkeit ist zu sehen, wo man sich eigentlich hier gerade aufhält im Bild. Kann man auch die Deckkraft entsprechend halt wieder ein kleines Stück runter gehen, um erstmal zu schauen, in welchem Bereich man eigentlich den Kopf platzieren muss. Und natürlich kann man das im Nachhinein auch noch im Augenmaß machen. Jetzt würde ich Command-T drücken und mein Bild einmal rotieren und gucken, dass ich erstmal so eine grundlegende Anpassung, wie gesagt, ich orientiere mich gerade an der Brust als Ausrichtung, dass ich mich einmal darauf ausrichte, das Ganze bestätige. Und jetzt versuche ich mir quasi aus beiden Bildern immer einzelne Bereiche zu nehmen, die ich dann für meine Freistellung brauche. Das heißt, ich lege mir jetzt einmal hier die Maske an, wir haben meinen Pinsel aus, schwarze Vordergrundfarbe, genauso wie vorher und würde jetzt einfach hier mal diesen ursprünglichen Arm, den würde ich einfach mal wieder herstellen und würde mal gucken, okay, hier kriege ich noch so ein paar Haare rein, ob das vernünftig aussieht oder nicht. Das kann man ja gucken und das sieht auf alle Fälle so schon ganz vernünftig aus. Wunderbar. Genau. Und ihr seht also, man kriegt mit relativ schnellen Mitteln dort eine ganz coole Zusammenstellung eigentlich hin von verschiedenen Aufnahmen. und jetzt könnte man halt gucken, vielleicht ist der Kopf ein kleines bisschen zu groß mit dem Pfeiltasten, kann ich den ein bisschen nach unten verschieben. Würde dann immer versuchen, mit Command-T und dem Verkrümmungstool entsprechend zu gucken, dass ich wirklich saubere Übergänge habe, gerade an den Kanten von Arm und T-Shirt, dass dort keine Brüche entstehen und dann würde das entsprechend halt funktionieren, wie man hier einen Freisteller machen kann. Für die an sich, die interessiert, wie man jetzt hier weitermachen würde und den Greenscreen freistellen würde für eine Fotomontage, ich würde die beiden Bilder jetzt wieder markieren und mit e-mergen, das heißt, ich hätte jetzt hier mein Ausgangsbild, quasi was ich bearbeiten möchte, erstelle mir eine Kopie mit Command-J davon und würde jetzt versuchen, eine Auswahl zu generieren von der grünen Farbe. So, wie kann man das machen? Vielleicht findet man da irgendwas unter Auswahl, zum Beispiel so etwas wie Farbbereiche auswählen. Das tut auf alle Fälle schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung. Da gehe ich jetzt mal rein, das weiß er noch von vorher, was ich hier ausgewählt habe. Also verstelle ich immer so ein bisschen die Werte, dass das vielleicht so aussieht bei euch. Und ihr könnt jetzt hier im Prinzip mit der Pipette festlegen, welche Bereiche oder welche Farben halt ausgewählt werden sollen. Und da würde ich natürlich einmal, Verzeihung, einmal in den grünen Farbbereich reinklicken und dann die Shift-Taste gedrückt halten, weil mit gedrückter Shift-Taste kommt ihr immer in diesen Plus-Modus und könnt noch weitere Grüntöne dazu aufnehmen. Und dann nehme ich zum Beispiel mal den Grünton hier hinten auf und dann sehe ich so an dem Vorschaubild hier links an ihrer Seite, da sind noch nicht viele Farben drin, dann klicke ich da auch nochmal rein und hier unten würde ich vielleicht auch nochmal reinklicken und dann seht ihr, man nähert sich dem Ergebnis auf alle Fälle schon relativ deutlich an und kann schon eine ganz gute Auswahl hier treffen. Der ganze Kladderadatsch hier links unten und rechts oben, der interessiert mich eh nicht, weil den brauche ich ja für meine Freistellung am Ende nicht. Der Toleranzwert gibt dann letztendlich an, wenn ich die Toleranz hochnehme, dann seht ihr, dass halt mehr oder weniger Bereiche ausgewählt werden und mein Ziel ist halt immer, die Toleranz so niedrig wie möglich zu halten, aber so hoch wie möglich, um wirklich eine präzise Auswahl halt zu generieren. Hätte ich jetzt in dem Bereich, würde das einmal mit OK bestätigen und dann habe ich jetzt schon mal eine Auswahl, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Das heißt, mit aktiver Auswahl einfach eine Maske erstellen. Ihr seht gerade aktuell, die ist noch falsch rum. Also ihr seht ja gerade, alles was schwarz ist, ist nicht sichtbar. Alles was weiß ist, ist sichtbar. Also mit Command-I das ganze Ding einmal umdrehen, den Hintergrund ausblenden und dann seht ihr schon, in welche Richtung die ganze Reise geht und wie man jetzt hier weiterarbeiten könnte. Könnt ihr jetzt auf der Maske einfach euren Brush wieder auswählen mit der Taste B, schwarze Farbe und die Bereiche hier an den Seiten, die ihr definitiv auch nicht wollt, die malt ihr dann einfach schwarz weg und dann habt ihr schon mal eine schnelle Freistellung von dem ganzen Motiv gemacht. Wie würde es jetzt weitergehen? Ihr seid jetzt natürlich totale Profis im Freistellen von verschiedenen Objekten. Ich könnte jetzt einen Doppelklick auf die Maske machen. Ich könnte mit dem Kantenverbesserungswerkzeug entsprechend jetzt die Haare abfahren, um dort mehr Details reinzukriegen, gerade bei ihr und könnte hier nochmal manuell halt nachgehen und die Kanten weiter verbessern und könnte dann am Ende halt einen Hintergrund meiner Wahl einsetzen. Aber da haben wir ja auch schon in einem anderen Tutorial drüber gesprochen. Kurz und bündig zusammengefasst. Wann benutzt man diese Techniken? Die benutzt man, wenn ihr Gruppenfotos habt oder wenn ihr mehr als eine Person fotografiert, wo einer immer blöd guckt und ausgetauscht werden muss. Ganz einfach, beide Bilder laden in Photoshop, gucken, dass beide unter ähnlichen, wenn nicht sogar im besten Fall gleichen, Licht- und Kontrastverhältnissen sind, Auswahl machen von dem entsprechenden Kopf oder Arm, den man austauschen möchte, das Ganze verschieben in das andere Dokument und dann mit einer Maske verfeinern, gegebenenfalls transformieren und mit dem Verkrümmungstool so anpassen, dass es zum ursprünglichen Foto halt einfach gut zusammenpasst. Eigentlich kein großes Hexenwerk, aber ein Tutorial oder ein Tipp aus der Praxis, weil das doch recht häufig vorkommt. Ich wünsche euch natürlich wie immer an dieser Stelle wahnsinnig viel Spaß beim Nachmachen und beim Ausprobieren und wir hören uns im nächsten Tutorial. Bis dahin, viel Spaß!